Ja, hihihi, der Berater hatte recht. Terra brauchte nur in eure Hände fallen, denn ihr würdet das Tor für uns öffnen. Ihr habt also für uns gearbeitet. Aber ich fürchte, jetzt habt ihr euch überlegt. Was soll das denn mitmachen? Denkt lieber nochmal nach, Kefgar. Oh je, ihr wollt kämpfen? Das ist ja furchtbar. Haltet Kefgar in Schach, bis Terra durch das Tor geflogen ist. Okay, das dürfte vielleicht kein Problem sein. Netzbar, bitte hört mich. Es ist offen. Terra. Ich, ich. Ich hab Angst. Da kommt etwas. Furchtbare Energie. Wow. Terror. Terror. Boah, hier sind ein paar geflohen. Hey, das Tor. Ich hab das für immer verschlossen. Das ist mit diesem S-Bahn. Gehen wir zurück zum Luftschiff. Ich hab das für immer wieder geflogen. Ich hab das für immer geflogen. Was? 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 Was soll es gewesen sein? Ehrlich? Was? Was? Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2018 Oh nein, das Schiff ist außer Kontrolle. Hallo? Kannst du das noch abnehmen? Nein, bist du verrückt. Wir sind denn allein, was ist passiert? Wahrscheinlich sind die S-Bahn nach Vector geflogen. Hey, Gäste, eine Erfrische gefällig. Oh, guck mal. Kann ich nicht mal mit dem Schiff fliegen, oder was? Bin ich aber nur dumm. Nee, kann ich echt nicht. Hä? Ach, egal. Ich wollte es aber nur noch mal wissen. Okay. 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 Oh, yeah. Ich mag diese stumme Tacke von... Äh, Siren. Ist mir nicht zu Fuß laufen? Gibt's eigentlich? Miranda! Ähm, was wollte ich denn? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Irgendwas wollte ich, aber... Ach, Platz, du! Alter Sack, ey. Wurstung. Ich weiß nur, dass die Frau von dem... ...verhundeten Soldaten hier lebt. Ich hoffe, das ist sie hier. Eine Scharplatte. Wie nett von ihm. Ah, ist angekommen. Sonst gibt's da auch nichts. Müssen wir eben da schnell einen Vektor da oben. Stierb! Stirb! Wird der Zähne? Wird der Zähne... Wird der Zähne?